Hallo, servus liebe Leute und herzlich willkommen bei unserem heutigen Videobeitrag. Wir sind bei der neuen alten Bundesministerin für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort Margrethe Schramböck. Margrethe, herzlich willkommen wieder bei uns im Video. Ich freue mich sehr, danke für die Einladung. Margrethe, danke, dass du dich heute Zeit nimmst, um uns natürlich ein paar Details und Hintergründe zu den Start-up und Innovationsagenten bzw. Digitalisierungs- und Technologieagenten im Regierungsprogramm zu geben. Es war eine große Überraschung, glaube ich, für viele von uns, in welcher Ausführlichkeit sozusagen sich diese Punkte wiederfinden im Regierungsprogramm, weil im Wahlkampf bzw. dann in den Verhandlungen dann nicht sehr viel durchgesickert ist von diesen Themen. Insofern war die Resonanz der Community wirklich sehr, sehr gut und ich würde jetzt mit dir gerne diese Punkte durchgehen, vielleicht ein bisschen auch zeitlich hinterlegen, sofern das möglich ist. Du hättest erst die erste Woche im Ministerium, natürlich wird das nicht überall möglich sein, aber die groben Kapitel durcharbeiten und uns anschauen, was tatsächlich umgesetzt werden wird und wofür es die Finanzierung dafür gibt. Bist du bereit dafür? Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ich freue mich über das positive Feedback und oft muss man nicht so viel reden, sondern tun und das scheint ja auch gelungen zu sein. Vielleicht die erste Frage, bevor wir einsteigen. Hast du deine, sage ich, Punkte auch aus der vorherigen Periode eingebracht, dass ihr viele Start-up-Breakfasts veranstaltet, viele Business-Breakfasts mit der Community, viele Punkte aufgenommen und aufgeschrieben? Hat das jetzt wieder Einfluss gefunden in das Regierungsprogramm? Ja schon, da findet man ganz, ganz viele Punkte. Das war auch sehr wertvoll. Da möchte ich auch allen Danke sagen, dass sie immer so zahlreich gekommen sind und es wird auch wieder Einladungen geben zu diesen Start-up-Frühstücks und zusammenzukommen. Dieses Feedback war ganz, ganz wichtig. Das haben wir gesammelt und haben es auch im Regierungsprogramm untergebracht. Das ist an unterschiedlichen Stellen, dort wo es inhaltlich natürlich hingehört. Die rechtlichen Themen im rechtlichen Teil und die anderen im Finanzierungsteil. Aber in Summe ist etwas gelungen, wo viele der Inputs Berücksichtigung gefunden haben im Regierungsprogramm und jetzt geht es dann ans Umsetzen. Und das ist jetzt natürlich schon das beste sozusagen Stichwort Umsetzung. Gehen wir ein paar Kapitel durch. Das Thema Bildung. Hier habe ich auch geschrieben, wird es eine Initiative geben für die für die für die für die Education sozusagen, Entrepreneur Education. Was ist da konkret gemeint und ist da sozusagen aus deiner Feder hineingekommen? Ja, es war sehr schön, das Bildungskapitel verhandeln zu dürfen, auch mit Heinz Fassmann gemeinsam. Und dass wir vieles untergebracht haben. Zwei Komponenten sind sehr stark, auch die Berücksichtigung gefunden haben. Das eine ist diese Entrepreneurship, dieses Unternehmertum. Wie können wir es schaffen, die jungen Menschen früher heranzuführen? Was ist Wirtschaft? Was bedeutet das? Was heißt es für ein konkretes Leben? Und auch dann diesen Anreiz zu schaffen, mehr in dieses Unternehmertum zusätzlich einzusteigen. Und das zweite ist Digitalisierung. Der digitale Masterplan, der sehr konkret auch drinnen ist, mit konkreten Schritten des Ausbaus von der Infrastruktur bis hin die Lehrer mitzunehmen, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Bis zur Ausstattung natürlich der Schülerinnen und Schüler, aber eben nicht nur, sondern hier einen Gesamtblick zu haben und hier dann mit dem Rollout relativ rasch zu beginnen. Du hast ja schon bisher dich sehr stark für das Thema Lehre und duale Ausbildung eingesetzt. Wird das wieder ein Schwerpunkt sein? Wird das wieder eine Bedeutung haben in der nächsten Legislaturperiode? Ja, sehr. Das ist eine Herzensangelegenheit von mir. Und weil ich auch überzeugt bin, dass wir damit viele Möglichkeiten schaffen für den Einzelnen, die Einzelne, für ihr persönliches Leben, aber natürlich auch für den Standort. Denn das unterscheidet uns ganz wesentlich von anderen Märkten. Jene Fachkräfte zu haben, die es für die Zukunft braucht. Unser duales System, Lehre, das ist das, ist sehr, sehr gut entwickelt. Aber unsere Aufgabe ist jetzt, den nächsten Schritt zu machen, in die nächste Generation überzugehen mit neuen Lehrberufen und Inhalten. Dass das gelingt, hat sich gezeigt. Denn wir haben ja erst vor eineinhalb Jahren den Lehrberuf E-Commerce eingeführt. Und damit ist der Anteil bei den jungen Frauen in IT-Lehrberufen um 40 Prozent innerhalb eines Jahres gestiegen. Also, dass es geht, man muss nur seine Zielgruppen im Auge behalten und entsprechend die Lehrberufe auch anpassen. Es gab eine kritische Stimme von Informatik Austria zum Thema Informatikunterricht, je nachdem, wie man den Begriff jetzt eigentlich definiert. Deswegen würde ich vielleicht die Frage umformulieren. Ist es vorgesorgt, dass auch die notwendigen digitalen und Technologieberufe sozusagen ausgebildet werden? Ist das vom Regierungsprogramm abgedeckt? Ja, also wir haben das in vielen Bereichen drinnen. Es ist Teil des digitalen Masterplans und auch das Thema Programmieren, Coding ist drinnen, dass das in vielen Unterrichtseinheiten untergebracht werden soll. Es ist nicht immer nur ein Thema eines isolierten Unterrichts in einem Fache. Und ich möchte gern die Teilnehmer dieser Runde gern zu mir einladen, um mit mir in Dialog zu treten, denn ich habe berücksichtigt, was die Startups mir erzählt haben. Man muss es mir nur sagen. Cool, super. Das nächste Kapitel. Es gibt einige Anreize, die für die Community sozusagen gelten. Die Köstsenkung auf 21 Prozent ist schon besprochen worden. Es gibt einen Gewinnfreibetrag. Aber du greifst jetzt auch wirklich das Thema auf Beteiligung der Mitarbeiter am Unternehmen, am Kapital, beziehungsweise auch an den Gewinnen des Unternehmens. Die Frage dazu, wie schnell kann sowas kommen und wie wichtig ist das in der Priorisierungsliste auch von deinem Ministerium? Ja, wir haben immer mehrmals gehört, auch von den Startups gerade, dass es so starr ist, unser System so starr ist und dass wir es nicht schaffen, die Mitarbeiter am Gewinn zu beteiligen. Und diese Gewinnbeteiligung ist deshalb ein wichtiger Punkt, Mitarbeiter bis zu einer bestimmten Größenordnung beteiligen zu können pro Jahr und da Steuern zu begünstigen. Dass mehr Netto vom Brutto auch bleibt und dass dann auch mehr konsumiert werden kann, was für alle Startups im B2C auch wieder gut ist. Und das Zweite ist natürlich, dass man neben der Gewinnbeteiligung der Mitarbeiter auch Anteile am Mitarbeiter übertragen kann, dass es indirekt drinnen in dieser neuen Rechtsform, die auch enthalten ist nach dem britischen Vorbild. Wobei hier ist mein Wunsch, dass wir schauen, welche Fallstricke hat es gegeben in diesen anderen Ländern, dass wir nicht dieselben Fehler machen, aber ein gutes Modell entwickeln, dass wir hier eine neue Australimitade, eine neue Rechtsform schaffen, die es gerade als Startups ermöglicht, leichter zu gründen und Beteiligungen an Mitarbeiter zu übertragen. Da werden, nehme ich mal an, mehrere Ministerien an dieser Gesetzgebung beteiligt, das Justizministerium, wahrscheinlich du. Wer wird da mitwirken und ist sozusagen die Priorisierung in dem Thema generell geteilt oder ist das etwas noch, was in deinem Ministerium verankert ist? Ja, wir sind ein Schnittstellenministerium. Ohne dies. Wirtschaft ist in vielen Bereichen enthalten und auch Digitalisierung. Das heißt, wir unterstützen andere Ministerien, aber auch wir fordern ein. Und so werde ich ganz klar für die Community und für die Unternehmen auch diese Schritte, die im Regierungsprogramm vereinbart sind, einfordern. Zusammenarbeiten wir mit ganz verschiedenen Ministerien, im Finanzministerium, mit dem Justizministerium. Gleichzeitig werden wir auch Digitalprojekte starten mit jedem Ministerium. Jedes Ministerium hat seine Kunden, seine spezielle Zielgruppe. Und hier jeweils zu schauen, dass wir mit einem Digitalprojekt in einem Ministerium unterstützend wirken, das ist auch so ein Ziel. Super. Das Thema Fachkräfte noch ganz kurz gestreift. Rot-Weiß-Rot-Card. Da wird es, so habe ich das jetzt mitbekommen, eine deutliche Überarbeitung geben. Gibt es vielleicht eine verbindliche Timeline dazu? Ja, bei der Rot-Weiß-Rot-Card ist unser Problem, dass das Konzept ein sehr gutes ist und sogar vorbildliches ist, nach diesem kanadischen Vorbild auch. Aber dass wir in der Umsetzung zu starke Verzögerungen haben. Das ist auch ganz klar als Feedback. Es kann nicht sein, dass ein IT-Experte aus Brasilien sechs Monate braucht, bis er die Rot-Weiß-Rot-Card bekommt. Dann kommt er nämlich nicht nach Österreich, sondern geht nach Deutschland, nach Berlin, München oder sonst wohin. Und da sind wir im Wettbewerb mit anderen Standorten. Was bedeutet das? Die Rot-Weiß-Rot-Card muss im Hintergrund digitalisiert werden. Das ist immer noch am Postweg. Also man geht zum Beispiel zur Botschaft in seinem Land, das wird so bleiben. Und danach wird es aber mit der Diplomatenpost gesandt. Ich habe schon mit dem Außenminister gesprochen. Das wird unser gemeinsames Digitalprojekt hoffentlich werden. Das war meine Bitte auch an ihn, dass wir die Rot-Weiß-Rot-Card zu digitalisieren im Hintergrund, dass die Kommunikation zwischen den verschiedenen Ministerien und involvierten Stellen digitaler läuft, sodass ich erkennen kann, wo ist mein Status meiner Rot-Weiß-Rot-Card. Und dann haben wir Dinge abzuschaffen, wie eben diese ortsübliche Unterkunft. Das muss wegfallen, denn es ist einfach zu mühsam für ein Start-up, eine ortsübliche Unterkunft für einen Mitarbeiter zu besorgen, der noch gar nicht da ist. Also da sind einige Fallstricke drinnen, dass wir hier schneller werden und es einfacher wird. Das ist zu Recht gefordert und das muss jetzt in die Umsetzung gehen. Kann man sagen, wir steigen in den Ring, wenn es darum geht, um die besten Köpfe zu kämpfen, in dieses Wettbewerb einzusteigen, auch global? Ja, es ist unsere Aufgabe, dass wir die Voraussetzungen schaffen. Der eine oder andere hat eh gesagt, es wäre der Zug schon abgefahren. So sehe ich das nicht, überhaupt nicht. Wir haben aus Österreich immer die Möglichkeit. Wir sind ganz weit vorne im Bereich der Life Science zum Beispiel. Wir sind ganz weit vorne im Umwelttechnologien. Wir werden hier die Speerspitze sein. Wir werden nicht alles schaffen, weil wir sind kein großes Land, aber wir können es schaffen, in ganz spezifischen Themen wie Culture Tech und Green Tech ganz weit vorne zu sein. Green Tech greife ich gleich auf. Das ist ein spannendes Thema. Vielleicht noch ganz kurz zu Austrian Business Agency. Du hast ja eine Stelle dort kreiert, die sich insbesondere mit dem Thema Vermarktung des Standortes für die Fachkräfte beschäftigt. Wird das bleiben? Ja, das wird ausgebaut und wird gestärkt und neu gegründet. Wir haben auf der einen Seite das Konzept Invest in Austria. Die Austrian Business Agency unterstützt Unternehmen, so auch Startups, die nach Österreich auch kommen wollen. Und was gefehlt hat, ist das Thema Work in Austria. Es geht jetzt neben Invest in Austria auch ganz stark um das Thema Work in Austria, dass wir es schaffen, Expertinnen und Experten nach Österreich zu holen, sie auch hier gemeinsam mit dem Unternehmen zu halten. Und da wird ein eigenes Team gerade aufgebaut und eine eigene Strategie gemeinsam mit Personalheadhuntern, also welchen die Personal suchen, gemeinsam mit Unternehmen. Super. Das Thema Green Tech greife ich gleich auf. Wenn man sich fragt, wo kann sich Österreich positionieren, dann hört man sowohl Health Tech als auch vielleicht Alpine Tech, eine Initiative, die in Wattens, glaube ich, ihren Sitz hat. Aber natürlich jetzt zunehmend Ecotec und das findet sich auch im Regierungsprogramm wieder. Ich glaube, es wird eine neue Asset-Klasse geben für grüne Investments, vielleicht neue Fonds. Wie wichtig siehst du dieses Thema eigentlich für den Standort und für die Startups auch als Chance, neue Technologien und Produkte zu exportieren auf einer globalen Skala? Ja, es ist eine sehr, sehr große Chance. Sie tun es ja auch schon. Also das ist etwas, wo man sagen muss, die Chancen werden schon genutzt. Was wir aber tun können, ist noch stärker das Forcieren, noch mehr unterstützen. Und das werde ich im Bereich der angewandten Forschung, standardrelevanten Forschung sehr intensiv tun. Und natürlich auch den Startups zu helfen, zu exportieren in neue Märkte. Ich denke an Märkte wie Indien oder auch Südamerika, wo wir hier Japan, wo wir vieles unterbringen können und helfen können, dort in diesen Märkten die Probleme der Umwelt zu lösen. Weil eines ist schon klar, wir werden viel tun, aber das meiste können wir auch erreichen, indem wir helfen, diese Innovationen zu exportieren in jene Märkte, wo wirklich die Umweltsituation dramatisch ist. Und dazu können unsere Unternehmen viel beitragen. Du hast ja auch eine recht proaktive Ansiedelungsstrategie, um die besten Unternehmen hier anzusiedeln, hin die wertvollen Jobs zu kreieren. Kann dieses Thema und diese Positionierung auch zu qualitativen Ansiedlungen nach Österreich führen aus deiner Sicht? Ja, ich denke, wir haben hier etwas geschaffen, was einzigartig in Europa ist, diese Kombination aus Volkspartei und aus Grünen. Das ist ein neues Modell, es ist ein spannendes Modell und sieht hoffentlich auch junge Unternehmer an, die sagen, okay, das ist etwas, in dieser Umgebung werde ich gefördert, da gibt es ein Klima, ein gesellschaftliches Klima, das in dieser Richtung für mich ein großer Anreiz ist. Super. Das Thema Kapitalbeschaffung, Risikokapitalbeschaffung war auch schon immer sehr, sehr wichtig für die Community. Hier gibt es zwei Ankündigungen, die wirklich sehr positiv aufgenommen wurden. Einführung und Lockerung der Verlustverrechnungsmöglichkeiten auf der anderen Seite und Absetzbarkeit von Anschub und Wachstumsfinanzierung von der anderen Seite. Jetzt die Frage, da verfolgst du, glaube ich, das britische Modell und die Frage, ist das auch budgetär quasi schon besprochen oder wird das erst evaluiert und dann entschieden, ob das kommt? Naja, die Dinge, die im Regierungsprogramm sind, da haben wir schon den Plan, das umzusetzen, sonst hätten wir es nicht da reingeschrieben. Es ist immer Frage des Schritt für Schritts, wann wird was passieren. Es kann nicht alles auf einmal passieren und es ist auch viel von der Konjunkturlage abhängig. Aber diese beiden Dinge sind auch immer wieder gekommen von den Vertretern der Startup-Szene, dass das wichtige Themen sind und darum haben wir sie vorgesehen. Du hast in der letzten Regierungsperiode auch ein Dachfonds angekündigt, zumindest die Prüfung dessen und warst auf dem Weg, ein Fonds dotiert mit 100 Millionen Euro, gemischt aus Staat und Privat sozusagen, auf den Markt zu bringen. Hansi Hahnemann hat jetzt gesagt, es müsste eine Milliarde werden. Was ist da realistisch und wo gehen die Ambitionen hin in der aktuellen Periode? Ja, realistisch ist das Modell, das wir ausprobiert haben und jetzt schon ausgetestet hatten in der Vergangenheit, auszudehnen und zu sagen, immer diese Kofinanzierung ist das Wichtige, gemeinsam. Es ist nicht, der Staat soll nicht die Rolle der privaten Finanzierungen übernehmen, aber er kann helfen, zusätzliches Kapital hereinzubringen. Unser Ziel ist mal hier zu schauen, Richtung 100 Millionen zu gehen. Natürlich kann es immer mehr sein, das ist schon klar, aber jetzt gilt es, den Fonds aufzusetzen und auch den Dachfonds zu überprüfen, wie wir hier dann weiter vorgehen wollen. Und man muss immer im Auge behalten, mit unseren Fachkräften, unserer Kreativität und dieser Möglichkeit, dass wir dann entsprechend Kapital anziehen, bin ich überzeugt davon, dass das auch gelingen mag. Wir sind kein China, wir sind keine USA, das werden wir nicht erreichen, auch Deutschland ist viel größer. Aber smart zu sein und das entsprechend zu tun, glaube ich, da muss auch Deutschland schauen, ob es so ein Regierungsprogramm zusammenbringt. Smart sein gilt es auch im Bereich der Bürokratie. Hier wurde angekündigt, dass die Bürokratie auch im Gründungsbereich noch schlanker werden wird. Eine neue GmbH-Form, Senkung des Mindeststammkapitals bei einer GmbH und die Regulatory Sandboxes. Ist das von der Umsetzung her priorisiert? Wann kann man damit rechnen? Ja, es sind ganz wichtige Themen, die ich sicherlich antreiben werde und wo ich weiß, dass auch der Finanzminister intensiv darauf schaut und die anderen. Es braucht nicht immer Geld für die Maßnahmen, zum Beispiel die neue Rechtsform mit der Justizministerin gemeinsam voranzutreiben. Das sind alles Dinge, die man tun kann und man braucht nicht immer Geld dazu. Die Themen, die du genannt hast, haben hohe Priorisierung auch, dass wir die Rechtsform zustande bringen, um es einfach zu erleichtern zur Gründung. Es ist auch drinnen, die Gründung in Englisch machen zu können. Auch da hoffen wir, eben in ein neues Zeitalter eintreten zu können. Und diese Maßnahmen stärken sicher die Möglichkeiten neuer Start-ups in Österreich. Du hast im Verwaltungsbereich in der letzten Legislaturperiode viele Initiativen gesetzt. Digitales Amt als Aussehen geschild dieser Initiativen. Wird das weitergehen? In welchem Ausmaß wird das weitergehen? Was ist da geplant? Ja, ich würde mich freuen, wenn viele sich die Zeit nehmen. Diesen Absatz auch im Regierungsprogramm und der Digitalisierung kommt zwar weit hinten vor, man kann es ja auch von hinten lesen, dass man sich das anschaut, da ist wirklich viel enthalten. Also die Weiterführung des digitalen Amtes, auch ganz wichtig für die Mitarbeiterinnen in den Start-ups, die nicht unbedingt auf ein Amt gehen wollen, sondern dass die das hier machen können. Die Möglichkeit einer weiteren Sprache, ist zwar herausfordernd, aber doch, auch das in Englisch anzubieten, das digitale Amt weiter auszubauen. Ein zweites großes Prinzip trifft auch viele Start-ups, das ist das Once-Only-Prinzip. Start-ups wachsen laufend und haben laufend Meldungen zu machen an unterschiedliche Behörden. Und hier möchte ich mit dem Once-Only das Prinzip umdrehen. Daten sollen nur einmal der öffentlichen Hand zur Verfügung gestellt werden und nicht immer und immer wieder. Gerade zuerst gesprochen mit einem Start-up, die sind übersiedelt, was vorkommen soll, wahrscheinlich bei euch auch. Wenn ihr schnell wachst, dann müsst ihr sieben verschiedene Behörden informieren, wissen, welche Behörden ihr informiert und die Daten siebenmal in unterschiedlichen Formularen oder in unterschiedlicher Form, ob digital oder analog, abgeben. Das kann so nicht bleiben. Dort haben wir die größte Möglichkeit, Bürokratie abzubauen und das Leben der Start-ups auch zu vereinfachen. Ist das der Grund, wieso der Bundesrechenzentrum nun unter deiner Führung in deinem Ministerium angesiedelt ist, um diese Projekte noch schneller umsetzen zu können? Ja, definitiv. Ich freue mich sehr, dass die 1.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bundesrechenzentrums bei uns dabei sein werden und dass wir hier ein digitales Kompetenzzentrum der Verwaltung des gesamten Bundes schaffen werden, eben mit den Dingen digitale Amtswege, Once Only, ganz, ganz weit vorne kommen und auch Konsolidierung der IT auf der Bundesebene bei den Ministerien, weil man das nicht glauben kann. Auch dort gibt es große Möglichkeiten, voranzukommen für mehr Effizienz und auch zu sparen, damit das Steuergeld gut verwendet ist. Infrastruktur zum Teil, zumindest die Breitbandinfrastruktur ist da aber weggefallen, die ist jetzt beim Landwirtschaftsministerium. Wirst du da sozusagen, oder ist es gesichert, dass hier die Ambitionen weiter vorangetrieben werden? Das war ein kleiner Kritikpunkt sozusagen in den Kommentaren. Wieso ist Ausbau des Breitbandes jetzt bei Landwirtschaftsministerium und nicht mehr bei der Digitalisierung? Ja, das muss ich klarstellen. Das war nie bei der Digitalisierung. Das war im Infrastrukturministerium, beim damals Minister Hofer. Also es war immer außerhalb der Volkspartei verantwortlich. Es ist zum ersten Mal innerhalb und es ist wie in den Unternehmen. Gerade in der Stand-up-Szene versteht man das. Hardware und Software müssen nicht immer gemeinsam sein. Das sind unterschiedliche Themen und der Softwarebereich ist auch sehr erfolgreich an den Börsen. Darum konzentrieren wir uns darauf und mit dem Bundesrechenzentrum haben wir hier eine gute Basis geschaffen. Die Zusammenarbeit wird aber wahrscheinlich sehr eng sein und eng abgestimmt, damit auch der ländliche Raum diese Breitbandmöglichkeiten bekommt. Ja, natürlich. Den ländlichen Raum auszustatten, genauso wie Schulen und andere Themen, ist eine große Herausforderung. Wir sind ja hier im Teseindex relativ weit hinten, bei diesem Infrastrukturteil. Und da werden wir eng zusammenarbeiten, so wie wir mit jedem Ministerium, als Digitalisierungsministerium eine Schnittstelle haben, mit der Justiz. Wie können wir die Justiz so machen, dass man Akteneinsicht digital machen kann? Was können wir im Gesundheitswesen tun? Und so auch, was können wir im ländlichen Raum tun, um die richtige Infrastruktur zur richtigen Zeit verfügbar zu haben? Es liegen ja viele Konzepte auf dem Tisch. Du hast ja sehr viel mit der Community interagiert und dir da Meinungen eingeholt. Auch zu dieser GmbH-Gründung. Ist das etwas, was du auch die Justizministerin zur Verfügung stellen wirst und kannst, damit wir da schneller vorankommen können? Ja, ich bin sicher, sie wurde ja in dem Kapitel auch entsprechend auch verhandelt und ich habe sie als sehr gute Gesprächspartnerin kennengelernt, auch schon vorher. Ich schätze ihre Kompetenz und ich bin sicher, dass wir schnell gemeinsam vorankommen werden. Super. Jetzt vielleicht noch abschließend das ganze Technologie- und Digitalisierungskapitel. Du hast gesagt, das findet eher hinten statt. Es gibt quasi einen Kapitel für die künstliche Intelligenz, einen Kapitel für Blockchain, einen Kapitel für Open Data. Eine Ansage, dass wir führend sein wollen im Bereich der Digitalisierung. Da und dort gibt es aber natürlich Chancen, die aufgegriffen werden sollen, aber auch Ängste, die dort thematisiert sind aus Bereich Ethik. Jetzt ist die Frage, was wird da tatsächlich umgesetzt? Wie wichtig werden diese Themen sein? Wird es eine Strategie geben für KI? Wird es eine Strategie geben für Blockchain? Du hast es, du hast eine KI-Strategie bereits in Auftrag gegeben. Dann war es sozusagen Ende der Regierungsperiode. Wird es das wieder aufgegriffen und wiedergeben? Ja, wird es definitiv geben. Die Strategie für künstliche Intelligenz ist ein wichtiger Faktor. Wir sind auch hier im Spiel Europas. Müssen wir stark sein, auch gegenüber China und den USA. Und da muss Österreich eine wichtige Rolle spielen. Wir hatten jetzt so eine kurze Durchschnaufpause, muss man sagen, oder eine kurze Pause, wo nichts passiert ist. Da müssen wir jetzt sehr rasch aufholen. Und da ist sicher das auch ein Thema. Unter Berücksichtigung beider Aspekte. Des Menschen und der Würde des Menschen. Und auf der anderen Seite auch des Standortes, dass wir sagen, wir wollen aber auch die Chancen nutzen. Nur wenige wissen, dass es Syrie ohne eine österreichische Entwicklung, eine Entwicklung einer österreichischen Universität nicht geben würde in Linz. Der Sepp Hochreiter, der hier ganz weit vorne ist. Und genau solche Dinge, solche innovativen Sweetspots zu besetzen, zu erkennen, was ist es? Ja, es ist die Spracherkennung eine der wichtigsten Themen in der KI. Und dort müssen wir ansetzen. Und das werden wir jetzt wieder mit voller Kraft tun. Super. Abschließend insofern die Frage. Alle begrüßen dieses Programm. Also ich habe jetzt noch niemanden gesehen oder kennengelernt oder getroffen, der gesagt hätte, das ist alles nichts. Also da sagen viele oder alle, das ist wirklich ein tolles Programm. Da sind viele, viele Maßnahmen drinnen, die wir brauchen als Standort. Die Frage ist, was davon tatsächlich umgesetzt werden wird. Und du sagst es, die Maßnahmen sind im Regierungsprogramm, weil wir sie umsetzen wollen. Ist das jetzt auch im Sinne einer Zielvereinbarung, wie man das aus dem Management kennt, zu verstehen, dass das, was drinnen steht, verbindlich zu verstehen ist und tatsächlich umgesetzt werden wird? Ja, also wir meinen, die Dinge schon ernst. Und wenn wir schreiben, prüfen, dann von bestimmten Themen, dann war das auch bewusst gewählt, weil man keine Schnellschüsse machen darf. Gleichzeitig gilt aber schon, dass Reden Silber und Machen Gold ist. Das ist immer meine Devise. Also werden wir auch machen. Das heißt, wir können dann in fünf Jahren wieder zu dir kommen, diese Liste ausgraben und durcharbeiten, was umgesetzt wurde und was nicht. Ja, es ist wichtig, dass wir in diesen fünf Jahren die Zeit nutzen, diese Dinge Schritt für Schritt gemeinsam mit den unterschiedlichen Interessensvertretern, mit den Arbeitnehmern, mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft umsetzen. Bei nicht allem haben wir die Antwort unmittelbar, sondern müssen wir gemeinsam uns auf diesem Weg machen. Weißt du schon, was das erste sein wird, was die erste Maßnahme sein wird, die man da umsetzen wird aus dem Programm? Ja, wir sind mittendrin, um das digitale Amt weiterzuentwickeln und auch das Once Only. Das sind gerade im Digitalisierungsbereich große Projekte und die anderen werden jetzt alle gereiht. Wir haben auch, bald treffen wir wieder zusammen in einer Klausur und schauen uns an, wie schnell wir vorankommen können. Margarete, du kommst immer sehr, sehr schnell voran, bist rund um die Uhr im Einsatz für diese Themen, an die du, glaube ich, wirklich glaubst. Vielen, vielen Dank für diese Kraft und all der Best für die nächste Regierungsperiode. Danke für diese Insights. Dankeschön. Danke euch fürs Dabeisein, das war unsere Bundesministerin. Wir bleiben dran, natürlich von den Maßnahmen, was da umgesetzt werden wird und nicht. Halten euch auf dem Laufenden. Stay tuned. Danke und Tschüss.